Willkommen zurück, Freunde, zu World of Warcraft. Wir machen die Alchemie-Quests. Alchemie und Kräuterkunde. Dazu begeben wir uns... ...ziemlich in die Mitte. Jetzt wartet mal kurz, was ist das hier? Yo, jetzt mach mal alles mit den anderen Schaustern. Na, ich bin grad... ...duselig, jetzt da. Da können wir nicht hin, da fliegt man da hin. Es ist auch total komisch, dass die Flugpunkte alle zu sehen sind. Normalerweise ist das ganz anders. Ich weiß auch nicht, was da komisch ist, aber es ist komisch. Eine Sternschnuppe. Hm. Könnt die Belohnung heute noch einmal erhalten. Hm. Ich frage mich schon aufs Wochenende. Wo sind wir denn jetzt? Suramar. Ah. Okay, wir landen hier gleich. Die Portale sehen aus wie die Schiffe. Ich glaub, die Schiffe sind die Portale. Keine Ahnung, aber was sieht so aus. So, wir brauchen Korken. Verbesserte Korken. Hast Sharas Zorn getötet? Hä? Ach, du Schande. Freunde, das ist gar keine... Das ist eine Instance-Quest. Ja, das ist eine Instance-Quest. Hm. Das Auge Assharas haben wir schon zusammen gemacht. Dementsprechend müssen wir jetzt die zerkauten Halme holen und dann... Hm. Wie machen wir denn das? Hm. So, Mist. Aber nee. Eigentlich möchte ich die Instanzen immer nur einmal aufnehmen. Und ich fürchte, das wird auch so weitergehen mit Instance-Quests. Hm. Ich könnte natürlich Auge Assharas machen, Assharas Zorn besiegen. Und dann könnten wir die zusammen abgegeben. Wie wäre es denn damit? Das wäre so eine gute Lösung. Jetzt holen wir erst die Stängel und dann frage ich den Robby, ob wir zusammen Auge Assharas gehen. Und dann... ...hole ich die Korken und schalte euch wieder dazu. Genau. Ja, toll. Von der Katze bewacht. Oder von einem Katzen-ähnlichen Ding. Ich frage mich, warum wir die Halme von... ...von... ...zerkautem Aetril von den Verdauten holen. Das ist sowas. So eine seltsame Quest. Ich meine, dass die da das Mana raussaugen, ist ja jetzt nun kein Geheimnis, oder? Das war ein Professor. Wo ist das? Ich meine, wir haben einen Einblühen. Das war's. Ich meine, wir haben wieder bị Datsnut. UndERUn releases. Wir haben einen ge resonance. Ich möchte jetzt eigentlich ungern so einen Comstock to pullen. Toll, hier sind 20.000 Mana-Würmer. Iiiiih! Iiiih! Auf eine Krabbe! Eine Fliege rum! Ah! Oh Gott! Bäh! Geh weg! Bäh! Ich hasse Fliegen! Sind zwar nur Fliegen, aber das hat's eben. Ich mag die nicht. Ich hab ein bisschen Lag. Ich stellte sie fest, nachdem sie drei Mobs gepullt hat. Ah, die anderen haben auch Lag. Ich pull am Server. Hm. Boah, diese Fliegen! Was ist los mit dir? Die kommen doch normalerweise nicht so nah zu einem hin. Boah, ist das ekelhaft, weil alles ist dunkel. Ich merke nur, dass es kribbelt, aber ich seh sie nicht. Wie geht es das ekelhaft? So, Freunde, das war's schon. Da ist noch ein Eitril, was wir holen können. Oder was sonst? 300 Artefakt macht. Cool. Reicht aber leider immer noch nicht. Ah, oh, der hat Cooldown. Dann nehmen wir doch den. Der ist auch in Dalaran. Ne, die Graufang-Enklave. Wo ist das denn? Graufang-Enklave habe ich ja noch nie gehört. Oh Gott. Wo landen wir jetzt? Ah. Das heißt doch zum gefeierten Helden. Na egal. Hauptsache Dalaran. Okay, Freunde. Ach, weil hier überall die Graufänge rumstehen. Kann eure Angst riechen. Deshalb. Die gilnearischen Waffen. W-w-w-wachen. Mit C. So. Verzweiflung macht erfinderisch. Okay. Ah ja, das war's also die Quest für's Eitril. Cool. Man hat scheinbar für jede... Ich... Oh Gott. Entschuldigung. Man hat scheinbar für jede Blume... Ach nee, die hat hier Sterne. Guckt mal. Findet seltene Materialien beim Sammeln von Eitril. Beim Sammeln von Kräutern und Kräuter erscheinen. Okay. Ja, okay. Eitril kann man also dreimal effektiver sammeln. Unterm Strich. Okay, ihr Lieben. Dann sorge ich mal dafür, dass wir die Korken bekommen. Und dann sehen wir uns wieder. Macht's gut!